Bäume erhalten ist unsere Aufgabe. Durch Großbaumverpflanzung ist es möglich, sie mit ihren lebenswichtigen Eigenschaften zu erhalten. Der Einsatz unserer optimal Rundspatenmaschinen und das Know-how der DGG-Partner erlaubt es, auch große Bäume schonend zu verpflanzen. Für jede Baumgröße und jeden Standort das richtige Gerät. Von der optimal 1700 auf geländegängigem, vier-rad-getriebenen Unimog bis hin zu unserer größten, der optimal 3000. Eine Großbaumverpflanzung beginnt jeweils mit dem Aushub des Pflanzloches, dort wo der Baum später stehen wird. Das Ausheben des Pflanzloches von drei Metern Durchmesser mit der optimal 3000 dauert nur wenige Minuten. Mit hydraulisch geöffneter Rahmen fährt die optimal 3000. Tausend rückwärts an den Baum. Die niedrige Konstruktion der Rundspaten ermöglicht es, auch tief verastete Bäume zu verpflanzen. Die scharfen Schneidkannten den Stahlspaten stellen sicher, sicherst die Wurzeln sauber abgeschnitten werden, werden ehe sich die Spaten unter der Erdoberfläche schließen und einen dem Wurzelwerk angepassten Pallenausschen aufstechen. Durch eine überredende Drehkung wird der Baum auf das Land der Tausendfahrzeuge oben behoben das Spaten schwarzplatz und ermöglicht den Einzelneinortzimmer auf einem Tausendhausenortzimmer, wo wenig Raum ich hab. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Seitlich aber klappbar und deshalb auch für tiefe Beastung geeignet, sind die Schmbarten der Optimal 2500 mit einem Ballendurchmesser bis zu 250 cm. Sie durchdringt auch härteste Böden durch und durchbrennt dabei das Wurzelwerk in ballendrechter Form. Untertitelung des ZDF, 2020 An zum Transport legt die Optimal 2500, wie alle Optimal Rundspatmaschinen, den Baum schonend nach hinten ab. Für die Beförderung auf öffentlichen Straßen oder über größere Entfernungen, werden die ZDF vor der Fahrt fachgerecht gebunden. Dadurch ist es möglich, im Steigbereich unter Strom- und Straßenbahnleitungen durchzufahren. Die Optimal 1700 ist die kleinste der selbstfahrenden Optimal Rundspatenmaschinen als Aufbau auf einem geländegängigen Unimog. Diese Gerätekombination lässt Baumverpflanzungen besonders auch in unwegsamem Gelände und in Baumschulen zu. Die Optimal 1700 hat einen Ballendurchmesser von 170 cm. Ausgereifte Technik im Dienste der Natur Mit dem Optimal Rundspatenprogramm für Großbaumverpflanzungen steht heute für alle Verpflanzungen der jeweils richtige Maschinentyp zur Verfügung von Optimal, dem ältesten und größten Hersteller für Rundspatenmaschinen in Europa. Durch die ständige Neu- und Weiterentwicklung sind unsere Maschinen auf dem neuesten Stand der Technik. Die außenliegenden Führungen der Rundspatenmaschinen ermöglichen ein wurzelschonendes Verpflanzen der Bäume. Untertitelung des ZDF für funk, 2017